BMR Hydraulics ist ein Hydraulik-Spezialist, der für die Schifffahrt, aber auch im Brückenbau arbeitet. Man hält es hierfür wichtig, mit den neuesten Techniken und dem neuesten Material zu arbeiten. BMR Hydraulics ist ein Betrieb, der sich spezialisiert hat in der Markt bei Beträngung der Hydraulik. BMR Hydraulics ist ein Betrieb, der sich im Markt auf Hydraulik-Systeme spezialisiert hat, insbesondere große Hydraulik-Systeme. Das umfasst die Entwicklung bis zur Auslieferung neuer Systeme. Wir machen auch viel in der Instandhaltung existierender Systeme, verkaufen Ersatzteile und sind sehr aktiv bei der Vermietung von Apparaturen. Neuentwicklung in der Hydraulik, da geht es um neue Techniken bei Rohrleitung. Ein Verfahren unseres deutschen Partners Parker, bei dem man nicht schweißt. Wo wir früher einen Schneidring verwendet haben, bedienen wir uns heute einer mechanischen Umformung, die Lex-Geschichte werden lassen. Also eine saubere und schnelle Technik und modern. Wir sind stark in der Schifffahrt, insbesondere Offshore und Bagger sind unsere Schwerpunkte. Die Betriebe können uns immer anrufen und eine unverbindliche Beratung erhalten, was wir füreinander tun können. Wir bekommen viele Anfragen aus dem Neubaubereich. Wir können etwas entwickeln, herstellen und die Rohre auch vor Ort installieren, also ein Komplettpaket anbieten. Damit sind wir ein One-Stop-Shop. Das ist angenehm für den Kunden. Ein Ansprechpartner, der alles auf dem Gebiet der Hydraulik abdecken kann. Das ist für die Kunden, weil sie nur eine Kontaktperson haben, die alles kann verzorgen auf dem Gebiet der Hydraulik.